Als ich den Surf-Ski zum ersten Mal sah, wusste ich, dass das mein Lieblingssportgerät sein wird. Ich bin am Donnersee im Berner Oberland aufgewachsen. Mit dem Surf-Ski auf den See herausgepaddeln am Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, ganz allein über den See gleiten, ist wirklich einmalig. Die Surf-Ski-Miete kann man bei uns, wenn man einen Basiskurs besucht hat. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, wie man das Gerät handelt. Das heisst, wie man es bedient, wie man die Steuern verstellt, wie man es aus dem Regal rausnimmt, wie man einwassert. Wir machen die Leute vertraut mit Sicherheitsbestimmungen auf dem See. Ganz wichtig ist auch, dass man überall und zu jeder Zeit ein- und aussteigen kann, wenn man weiss, wie es funktioniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der das Geräte wahnsinnig sicher macht. Wir betreiben vier Surf-Ski-Points am Donnersee, Don, Gunten, Leissingen und Unterseen. Die Leute können online ihre Skis reservieren und sie selbstständig holen. Der Surf-Ski ist sehr einfach vom Handling her. Man muss da nicht gross vorbereiten. Man kann hin, auf den See und Spass haben. Unser Ziel ist, der Surf-Ski-Sport so viele Leute wie möglich zugänglich zu machen. Und wenn wir sehen, wie die Leute strahlen und glücklich sind nach unseren Kursen und wie viel sie die Angebote machen und nutzen, finde ich, ist eigentlich die Mission erfüllt von uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020